Das ist ein gestürztes Idiot. Das wird etwas unübersicht sein. Das wird etwas unübersicht sein. Die hat eine Haarplastik... Haarplastik-Perücke. Sie-Sie, Sie, 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 Sie mich. Sie sind auch hier. Ja, und wie kann ich die jetzt kaufen? Ich habe die gelben Punkte vergessen. Oh, waren da zwei. Okay. Wo ist unser Ort? Ich glaube, dass sie uns gefangen haben, konnte er sich davonstehen. Ich sage dir, was passiert ist. Reister Beutlin hat die Gelegenheit erkannt und sie ergriffen. Nein, wir werden unseren Hobbit nicht wiedersehen. Er ist fort schon längst. Nein. Ist er nicht? Will wo, Brüttlin? Wie bist du an den Horx vorbeigekommen? Gute Frage. Was spielt das für eine Rolle? Er ist wieder hier. Er ist wieder. Er ist wieder. Oh, Gott. Hm. Was ist das? So, alle Aufmerksamkeit willst du. Kannst du haben. Jetzt brauche ich den mit. Ist der Dornen? Nee. Oh, ich glaube nicht. Nee. Ich brauche den mit dem Haken. Kann ich keinen mit dem Haken? Dann wird nicht. Da gibt es hier nichts für mich zu tun. Ich brauche den Haken. Ja, das Ding kann ich nur leider nicht, weil ich keinen Haken habe. Dann. Leck mich doch einfach. Als sie durch den Wald wanderten, beschlich die Gemeinschaft das Gefühl nahenden Unheils. Sie waren nicht allein. War ihnen etwas aus dem Orkreich gefolgt? Oder lauerte hier eine andere, noch größere Gefahr? Was ist das? Was soll das? Sepplone, in Spire, Luft, Lose! Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Hm. Hm. Vielleicht leuchtet hier so ein Schwert. Nee. Hm. 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 Ich weiß gar nicht wie ich an die Scheiße da oben dran kommen soll. Da blinkt sie auch. Ja. Vielen Dank. ja 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 Hältet sich da die Ohren zu? Komisch. Ist du denn ein Idiot abgestürzt? Sie hat die Ohren zu. Komisch. Oh, abgestürzt. Lauter Idioten. Lauter Idioten, die abstürzen. Und sich nicht ins Dunkel trauen. Kann ich hier was bauen? Ah, ist wirklich unsichtbar. Ja. 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 Was soll ich denn mit dem Schmetterlingsnest? Ja. Ja. Ne. Dann machen wir auch gleich mal ne Pause. Ja. Ja. Ja.